moin leute willkommen ich bin auf dem baum gelandet und ich bin vollkommen cool wird geschossen wird geschossen macht bitte bitte hallo wir nehmen video auf in dem video oft du musst zwar produktiv sein kevin wissen ob das so schlau war ich komm zu dir und helft dir also einer ist down zweiter down dritter down fast alle down aber ich habe keine money mehr warte ich hole dir jetzt ich hab alle als ob du den hat ne ich hatte den du musst ganz kurz meinen banner aufstellen das ist eine quest nein ich muss das machen ich muss machen bitte ich habe muss das auch noch machen du spaß warum immer du hast das schon gemacht nein das muss man dreimal machen du spaß zweimal nein es gibt mehrere phasen du musst das immer wieder machen jetzt brauche ich noch mal länger und die aufgaben gehen nicht mehr so lange ja leute wir wollten eigentlich ein voll produktives video aufnehmen wir sind so krass geworden hier ist was für dich da oben sind bandagen nimmst du dir bitte ja mach ich gerade eine sogar seltsin ja habe ich okay gut sind bei dir welche platz auf bei mir nicht woanders 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 und r so hinter mir hinter dir ja wir sehen Ich seh ihn halt nicht mal, der ist weg. Da ist er. Tappen, tappen, tappen. Warte, nein lass mich, ich muss den Tiger machen. Und dann auch richtig satt. Warte. Eigentlich wollte ich nur den geilen Buff machen. Vielleicht brauch ich auch noch eine geilere Tag. Danke. Weißt du, wie wir heute noch holen? Hä? Wir müssen heute noch was holen. Nein, das heißt anders. Ein Victory Royale. Das ist ein epischen Plus in Englisch. Ich finde es aber auf Englisch einfach viel besser. Es klingt irgendwie nach was krasserem. Let's go. Ich würde lieber ein legendärer Win sagen. Das klingt noch besser. Wir holen heute einen legendären Win. Leute, was sagt ihr so zu meinen Videos? Feiert ihr das, dann feiere ich das auch. Danke. Ein Spaß ist mit mir in der Runde. Ich finde, lass mal ein Realtalk-Thema irgendwie raussuchen. Ah, hier sind Gegner. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr so jetzt, wenn ihr noch in der Schule seid, was ihr höchstwahrscheinlich so... Seid, was ihr nicht seid. Genau, schreibt rein. Was ihr so in der Schule an Weihnachten macht und was ihr so familiär an Weihnachten macht. Dann schreibt mal rein, ob ihr auch eine Switch habt und auch auf Fortnite spielt. Wenn ja, Bruder, Ehre. Ja, also... Also wir tun ja meistens immer hier. Eigentlich immer zu Hause feiern, aber wir sind dieses Jahr in Österreich. Oh, viel Spaß. Wo unsere Oma schon Beat gemacht hat, weil sie das nicht so geil findet. Weil wir eigentlich immer zu Hause und so sagen, dass es so alt ist. Ich hab ihn getötet. Ja, also wir sind auch im Weihnachten immer zu Hause. Dieses Jahr auch wie immer. Ist ja cool, ne? Ja, also bei uns ändert sich da eigentlich gefühlt auch nie was dran. Aber es wird immer was anderes, wenn wir mal... Wir sind immer so mit der Bell, also mit unseren Hundenspitzen gegangen. Und dann muss plötzlich jemand weg. So zwei, zwei, drei Leute. Oh! Beide geholt, beide geholt. Oh mein Gott, bin ich krass. Hast grad gesehen. Nee, wie denn? Nee, wie denn? All way back. Wo bist du denn? Stimmt, ich kann ja gar nichts mehr mitnehmen. Ich hab aber kaum noch Pumpen, Schlussmonie. Ich muss ehrlich sagen, was ich zum Beispiel auch feier ist, dass ich hier an Weihnachten jetzt mal aufrüste. Ich krieg eigentlich ein Audio unterverächtet. Heißt, die Mikrofonqualität, die ihr grad hört, wird nochmal um 100% gefühlt verbessert. Nice. Und dazu krieg ich auch noch besseren Computer. Also ich wünsch mir ein neues Mainboard mit einem Prozessor. Das heißt, die Videos können schneller rendern. Das ist ja einfach ein bisschen aufs Schneiderprogramm. Das wird einfach schneller laufen. Mich richtig freue. Und ich hab vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. Also schnell vibrieren. Das vergesse ich gefühlt immer. Das ist... Muss man eigentlich so machen, ne? Und wie... Da hinten liegt ne blaue SMG. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß, weil ich hab ähm... Ich hab... Ja, du kannst ja die... Ich kann die Bandages auch liegen lassen. Ich hab ähm... 15 Bandages. Ich hab 15 Bandages, 6 Biggies, also... Ich spiel jetzt ohne diesen... Gewehr. Ich spiel einfach immer mit dem Gewehr. Einfach aus Spaß. Ja. Ja. Was? Ich muss mal ganz kurz weg. Na ja. Ich muss dich kurz saven. Hm. Mach einfach geradeaus. Ich save dich. Ah, okay. Ich bin so blöd. Ich hab mich einfach verloren. Ich spiel die... Nein, die läuft doch noch vorbei. Ist klar. Musst du mal aufhören. Ich konnte dich grad nicht bremsen. Ich bin mir nicht aussehen an einem... An meinem eigenen Worten... Äh... Hängen geblieben. Deshalb bist du weiter vorgerannt. Äh... Oh, hier ist ne Truhe. Ne, leider nicht. Wär auch zu cool gewesen. Ist ja aber noch ne Truhe. Wir haben nochmal Glück. Wieder kein Laserschwerter. Aber Raketenwerfer für mich, Bruder. Nimmst du Banishes mit? Mhm. Mach ich. Ach. Äh, hier. Hier hab ich's. Also brauchst du, ähm, SMG-Money? Nehm ich. Hast du Sniper auch? Mhm. Aber... Keine Munition. Warte hier, ich geb dir Sniper. Danke. Wenn du falls noch Rocket hast, ich brauch Rocket. Guck mal, merkst du, wir sind permanent in der Wohnung. Tatsache. Wir sind einfach die krassesten. Einfach durch die Star Wars Quest, Leute. Macht die Star Wars Quest, wir sind in meiner Zone. Mhm. Genau so läuft das. Und wer will, dass, ähm, hier, der EU-Gutemase da ist, auch YouTuber wird der letzte Laker. Natürlich. So, ne? Guck mal mal hier ein bisschen in uns rum. Wie wir sehen, sehen wir keine Gegner. Müsste ich so einblendens 20 Sekunden später und dann sind wir tot. Cool, ne? Das kann ja nicht wahr sein. Wir laufen... Wir laufen wieder gefühlt ewig rum und finden einfach niemand. Es ist halt so das nervige Grad an Fortnite, weil die Mobilität einfach fehlt. Du kannst einfach sagen, okay komm, anderes Ende der Zone, geh ich mal schnell hin. Oh, Laserschwerter. Feil. Ich nehm das lilaner, weil du ja das holen willst. Hier sind Wäsche. Ich hol den, ich hol den. Mist, der hat mir noch Schaden gemacht, der Spasti. Äh, ich spiel lieber Lichtschwert. Muss ich halt echt sagen. Wenn man damit halt abwehren kann, ne? Aber kommt halt drauf an, ne? Es gibt doch welche, die sagen einfach nö. Nö, AR oder so? Äh, ne. Doch, ne grüne AR hatte der, glaub ich. Ne, hat er nicht, er hat ne Farmers gehabt. Geh jetzt. Geh weg da. Wir müssen das Haus beschützen, sonst kommen die nächsten Bots und haben dann alle Lichtschwert da. Da sind nicht jetzt alle hin, das kann ja wahr sein. Guck dir den Trick an. Guck. 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 Kevin, guck dir mal den an. Warte, Backflip. Ey, ich hab nach hinten gedrückt nochmal. Ey, du musst nicht mal nach hinten gedrücken. Du meinst einfach so, oder? Doch, bei mir schon. Aber du kannst auch zur Seite. Siehst du eine so cool aus. Ey, das ist noch mehr Laserschwerter. Und eine blaue Farmers für dich. Hier ist jemand. Irgendjemand gehört. Hier ist ein Geschenk. Vor uns, vor uns hier ist ein Geschenk. Ein Geschenk, schnell, 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 das Geschenk. Digga, weiß was hier drin ist. Legendäre Pumpgun für dich. Für mich? Ja, ich spiel keine Pump. Ich, ich weh ab, ich weh ab, ich weh ab. Lass sie, lass sie, ich weh ab, ich weh ab. Ich bin ja so maximal, Alter. Ach, Himmel. Sorry. Das ist voll, sorry. Das ist voll geil, ne? Das hier kann ich einfach nicht treffen. Wir müssen pushen. Scheiße. Ich hole den Lichtschwert raus, den Lichtschwert rausholen. Ich gucke den Lichtschwert raus, ich gucke den conflict. Ich gucke den Luft. Ich gucke den Lauf. Das ist voll geil, ich gucke den Lauf. Deines. Passing in. Passbar. Negativ. Ich hab einen genockt. Was? Er hat mich getroffen, trotz Laserschwert. Hol mich, hol mich. Nein, Kevin, nein. Das war gerade so ein Bug. Mein Laserschwert hat einfach nicht abgewehrt. Ich hab geblockt und das hat nichts gemacht. Schnell, hol dir. Bruder, pump. Kertig-Modus regelt. Hol die, komm, hol meine Respawn-Karte, du Spaß. Was? Junge, das Glück hat maximal. Was denn? Keine Ahnung, was. Hol noch schnell einen Mini, da sind zu viele Minis. Du kannst einfach jeden nehmen. Ach Mensch, du kannst mich nicht mal wiederholen. Das ist so dumm. Hm, das ist nur toll. Ich hab noch safe ne bessere AR hier. Nimm Laserschwert mit, wirklich. Das ist im Endgame stark. Hier gibt's ja keinen Mad-Kid. Ne, ich hab bis jetzt noch keinen einzigen gesehen mit einem Mad-Kid. Ich weiß, das ist voll komisch. Dass er auf die Zone kommt. Du verstehst auch nicht, warum hat bis jetzt keiner noch einen Mad-Kid gehabt, Leute, in der Runde. Sagt's mal mir. Ist das rausgenommen worden? Hab ich was verpasst? Hmhm, als ob das Mad-Kid rausgenommen wird. Loll, ich muss nur noch gegen T-Dot spülen. Die sind voll Bots. Voll nach Bots. Bis auf der Nächste, der holt ihn hoch. Mach auf Ehre Bruder geh hin und ein Blazerschwert add. Bitte. Das ist dumm. Aber Thrasher. Laserschwert abwehren. Laserschwert blocken, außerdem kannst du damit schneller vorwärtslaufen. Kann das auch ein Market Launcher kommen? Ne, das glaub nicht. Als ob. Schneid komm jetzt geh hin mit Laserschwert. Mit Ehre auf Laserschwert Bruder. Komm hin, geh mit Laserschwert, geh holst du dir. Was tust du denn? Lass mich, ich kann das. Das holt er dich. Der triggert nur maximal. Sag ich doch, die triggern immer. Guck mal ein Tipp. Wo ist der? Oben noch drin. Der ist oben drin geblieben, das ist nicht move, Leute. Das hat mit der Folgeschichte gefallen. Bis dahin haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal.